Es kann doch nicht wahr sein, Leute, es war ohne Spaß, wie kann Dezu hier noch ohne Gegentor stehen? Jetzt werden wir in der Kugel-Kleber auf den Kugel-Kleber auf den Kugel-Kleber auf den Kugel-Kleber. Lul, ich dachte heute den Torwart raus. Mega-Pack, da kommt eh nix. Mega-Pack. Was immer scheiße. Irgendwo wo gehört. Ah, geht's in den! Ah! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der zweite Bild! Oh mein Gott! Jaaaa! Mega. Jaaaa! Nein! 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 Hahaha! Hahaha! Ah! Ich wollte einfach nur zu testig spielen. Boah! Was ist los? Äh? Er ist hier immer noch Rambat. Schiedsrichter lässt laufen, vielleicht können sie das jetzt nutzen. Schiedsrichter entscheidet auch bei Stoß. Workout. In Form Workout. Komm Argentinien. Argentinien! Messi! 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 Ich hab Messi in Form! Oh mein Gott! Messi tradable in Form! Was? Einfach Messi in Form, Alter. Im 125k Pack das tradable ist. Und Luzane dahinter. Oh mein Gott! 125er und Vinaldum. Oh! 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 So schön gespielt! Oh! War das schön! Seh doch! Wie hast du's mit Auge gemacht! Spielt da noch mal ne Runde Pinball bevor der Ball reingeht. So schön gesehen, dass der den Fuß da hindert. Durch die Beine. Torwart ist... Kann nichts machen, versucht er noch alles. Hey! Was? Ey Junge! Dieses Spiel ist so ein Witz, Mann! Eldos liegt 1-0 hinten gegen Eldos. Aber Freunde, Eldos, was soll ich nicht erzählen? Ist einer der besten FIFA-Spieler auf der Welt. Wohohohohohoho! Den Kerl ist Mann! Hallo!!! Was? Was ist das für Gretchen? Mann!!! Was ist das für ein Spiel, Digga? Mann!!!!! Er pfeift nicht ab, mein Tor in der Leuchten! 3, 2, 1, mit Nase sogar, go! Bruder, Mann, am letzter bin ich doch! Und sogar noch! Oh mein Gott! Was?! Enggall wie, ich habs noch schlechter gespielt, ich… Bぐ… Ich mache so ein Next Level und schieße dann in die Mitte Leute, das erwartet ihr nie. Ich habe einen Job mit Guido Leute, Guido Burgstaller. Oh, Walkout! HALT DEIN MAUL, ICH HAB MESSI GEZOGEN, ICH HAB MESSI GEZOGEN, HALT'S MAUL, LEONEL MESSI! Ciao Bruder, ja. Sowas macht Pelé, aber geht davor und macht er einfach nicht. Ach ne. Jetzt gehts wieder los, hier die Scheißspiele kommen jetzt wieder, dreh dich nicht um, alter! Mann, lass mich in Ruhe. Wenn der jetzt ankommt, wenn der ankommt und der ist nicht im Haus. Ich will irgendwas kaputt treten Leute, ich will was kaputt treten. Das ist einfach nur lächerlich. Alles klar, wär der reingegangen Digga, ich hätte geheult. Gönn einmal eine gute Karte. Let's go! Einen wunderschönen Schuss. Ah gut, der kann Neujahr, der sieht Neujahr einfach alter aus, Leon. Sieht Neujahr einfach alter aus. Oh, verortige Kontrolle ist der! Ich hab keine Batterien hier! Ich hab keine Batterien hier, verdammt das Scheiße. Ich hab kein Ladekabel, keine Batterien. Scheiße. Ja gut, ja, ich muss ganzes... Ja gut, ich hab keine, sind 40 Sekunden, keine Batterien holen. Ey, weil ich muss ein Ladekabel anschließen. Fuck! Ja, perfekt Digga. Ey, diese Seine! Ja okay, guck mal. Ja komm, ich fick meine ganze Sippe, Alter. Wo ist mein anderer Controller? Aber der ist nicht schnell. Ich hab' den Ball vom Fuß. Perfekt getipet diese Aktion! Ääh. Ääh. Glippt es, Digga? Tschüß nicht! Lorente oder so. Lorente wäre hammermäßig. Bitte, bitte, bitte Lorente komm schon, bitte! Oh geil! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bruno Fernandes! Und Lorente! Fuck Digga! oh mein, das ist mit Abstand mein bester Player-Pick bis jetzt. Aber ich sage euch ganz ehrlich, an diesem Wochenende passiert was viel größeres und viel besonderes viel besonderes gibt es eine Steigerung von besonders viel besondereres Hä? Ähm 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 Ähm